Hallo Kahn! Grüß dich! Sport oder Kultur? Sportkultur. Was machst du für einen Sport? Ein Breitensport. Polizei oder Ordnungsamt? Natürlich Polizei. Wieso? Das ist mein Beruf. Wie sicher ist Bochum? Bochum ist sehr sicher. Lieblingsorte in Bochum? Eigentlich ganz Bochum und Wattenscheid sind meine Lieblingsorte. Was gefällt dir daran in der SPD zu sein? SPD ist eine Gemeinschaft und ein Aufwandbecken für alle, die sich engagieren möchten. Wir sind für Arbeitslose, für Arbeiter, für Arbeitgeber, für junge Leute und für sehr alte Leute. Für jeden da. Was sind deine Ziele für deinen Wahlkreis? Für meinen Wahlkreis Wattenscheid Mitte Westenfeld möchte ich, dass es vorangeht. Wir haben verschiedene Projekte dort und die müssen alle mit Finanzen, die wir jetzt aus den Ländern und dem Bund bekommen, endlich mal auf Vordermal gebracht werden. Welche Projekte fallen dir da ein? Ehrenmal natürlich, unser Stadtpark und für mich ganz wichtig unser Gondoltag, dass vielleicht dank Wegmann wieder aktiviert werden kann. Was bedeutet Bochum in einem Satz für dich? Bochum ist Heimat. Vielen Dank. Danke. 2-4-5-7-8-6-4-8-7-9. 3-6-4-8-9. 5-6-8。 3-7-6-7-9 Khu. Und hier. 12-7-8-9-9-9. Sekunden bei 2-7-7-9-9. 3-8-9-9-8-9. Untertitelung des ZDF, 2020